BR 2017 Wie findest du das Neue-Trikot? Typisch deutsch halt Was denn typisch deutsch? Was typisch deutsches? Wenn man zwei Mannschaften im Turnier hat Pünktlichkeit? Das ist ja wohl ein typisch deutsches Märchen. Nee, das ist ein typisch deutsches Märchen. Was mit Autos? Fahrradweg! Typisch deutsch? Döner! Aber ein bisschen ohne Schach. Typical man. Was ist mit Goethe? Schiller? Müller! Servus! Hallo! Und natürlich 84 Millionen Bundestrainer. Jungs, wechseln! Also, was ist denn jetzt typisch deutsch? Deutsch, 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 Deutsch Untertitelung. BR 2018